Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4 Oh, das wollte ich doch gar nicht mehr sagen, Entschuldigung, Angewohnheit Ähm, ich... Ach genau, 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 genau Ja, 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 neiiiin Fucking, fucking, fucking voll das geile Wort Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja Oh, scheiße, ich hab zu viel Geld ausgegeben Naja, egal, die TMP ist geil, die braucht man Hm, ich werde trotzdem erst mit der Pistole rumlaufen Und ich muss jetzt leider ein... Entschuldigung, schon wieder ein zweier Winter Leider ein Kräutermix nehmen Ich hab nur noch eine Heilding... eine Heilding... Hallo? So, 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 so So, 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 gleich viel ordentlicher Gut Einmal weiter Jetzt kommt ein Endgegner, also ein Boss Ähm, ihr kennt ihn alle Ich nenn ihn mal gerne Ziegenbottel-Wurst Ja, 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 und wir brauchen sein Auge Um in dieses komische Schloss oder dieses komische... hinter diese komische Tür zu kommen Denn da stand ja, der braucht sein Auge Und das ist eine Eine Schaltfläche zur Iriserkennung Also sprich, man braucht das Auge Um die Iris irgendwie zu erkennen Zu können Aber der Entgegner ist so kacke und so blöd Und so kacke und so blöd und so blöd Und so kacke und so Ach doch nicht Ich bin nicht rein Genau, warte man Wenn ich sterbe, verreck einfach Nein Nein, geh da nicht rein Nein, du bist blöd Du bist scheiße, ich hasse dich, Leon Links, rechts, wir können da Hm, was? Dö, 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 dö Das ist jetzt irgendwas drücken, glaube ich Quicktime-Event Bam, uah Leon ist tot Nein Guckt euch mal seine Kraft an Ach, mal so eben die Dings da rumdrehen Der hat zwei verschiedene Augen Habt ihr gesehen? Nein Hey, hey, lass mich Ey, wir können über alles reden Nein Nein, tut mir leid, tut mir leid Ich hab den Punkt Oh, nein Entschuldigung Okay, ich hab's ja auch gesehen Ich wollte euch zeigen Klack Genickbruch Entschuldigung, oh nein Ich bin so blöd Ihr wisst gar nicht, wie weit die Knöpfe aufeinander sind Also, ich kenn den PS2-Controller Und, ähm, die 1 ist Viereck und die 3 ist Kreis Und ich dachte, die 1 wäre X Und manchmal ist es auch L1 oder L2 Äh, L1 und R1 Wo man drücken muss Also ich weiß nie, was man drücken muss Aber jetzt hab ich die Finger jetzt schon so Also, es tut mir leid Ich werd die Cutscene überspringen Oder wollt ihr die nochmal sehen? Okay, ihr könnt mir gar nicht antworten, aber Das nimmt meine Zeit weg Also, nehmen wir doch da rein Los, 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 los Ja, ja, leck mich Ja, und Da hab ich's doch gesagt Aber jetzt der schlaue Leon hier Blub, 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 blub Blub, 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 blub 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 lass mich in Ruhe lass mich ich kenne auch gar keine Strategie für den mehr na ja ja na ja ja weg 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 habe ich gesehen hier ist ein fein supermix lass mich 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 hat gerade was ich lasse ich lasse mich lasse mich r die vorher was anhaben kann schöner nebengeworfen hier und du bist super eigentlich bin ich das ja aber Leon ist blöd wie er nur schuld nein Leon ist cool Leon ist gut hey 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 ich stelle mich dafür hier hin hallo wo bist du ja drehe ich ihn überhaupt was der springt ja hoch hässiger Ziegenbart ähm ich seh nix ja klack was was nein oh nein ist ja noch warte stand nicht unten oh 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 nein das ist nicht wahr oh 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 Wo ist der? Wo ist der? Ah! Hallo? Da! Nein! Nein! Zu wenig Platz hier! Na? Na, na, na? Ah, da hinten, ich hab ihn gesehen! Da! Hallo, ich bin weggelaufen, Noob! Was? Ich wollt mich nicht umdrehen! Das ist scheiße! Das kann man doch immer mit den anderen teilen! Okay, nämlich die... Kann man das eigentlich benutzen? Soll ich, soll ich, soll ich, soll ich? Ja, lieber! Lalalalalala... Lalalala... Hallo? Bist du? Oh, nein! Ah, Glück gehabt! Stirb! 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 Ja! Spasti! So wird's nämlich gemacht! Blub! Hahaha! Hahaha! Der hätte jetzt doch hier um den Boden gefallen! Wo muss ich jetzt da? Naja, egal! Hm? Oh geil, ein Auge! Muss ich haben! Ui! Dööööööööööööökey! Döööööööööööööööööööööúööööööööö! Da. Das noch. Das noch. Hier ist noch was. Ach, hiermit konnte man den Obel siegen, oder? Keine Ahnung. Ich nehme noch Pistole. Boah, das war so kacke. Gut. Das war jetzt dieser Endgegner. Erfolgreich eliminiert. Dominier. Oben habe ich schon alles geholt, ne? Hier ist nichts mehr. Doch, da hinten ist TMP-Munition. Na, noch was? Ne. Und durch den Eingang kommen wir ja nicht mehr, weil dieser Super Hercules das ja umgenieset hat. Also dieses, ähm, Stahl-Teil. Was? Man hat gesagt, du sollst dich verstecken und nicht hinter dem Haus warten. Okay, wenn das für dich ein Versteck ist. Gut. Hätten wir Ziegenbad Lewis auch geschafft. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich werde auf jeden Fall nie, ähm, in den Titel schreiben, den richtigen Namen. Äh, in den Namen richtigen... Hä? Ach. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ich habe nur vergessen, wie der gerade heißt. Ich bin der Versteck in Bad Lewis. Passt irgendwie zu ihm. Und... Ja, ich habe ein bisschen wenig geredet wieder. Ach, ich sage das immer. Aber egal. Es ist halt so. Und ja, genau. Parkour Broken Wings will, dass ich ihn mit seinem bürgerlichen Namen nenne. Ja, 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 Giang. Genau. Ja, ja. Ähm... Nee, nee, nix da. Ja, ja, ich komme immer wieder. Immer wieder. Gut, 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 gut. Darüber. Und dann werde ich an der Stelle wieder einen kleinen Schnitt machen. Und werde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Zeki.